Ja, grüß euch meine lieben Freunde. Ja, kein erfreuliches Thema. Der Nord Stream 2 Anschlag und Russlands Rache wird vermutlich fatal werden. Es soll jetzt kein Angstvideo sein. Einfach nur, ich will einfach einmal aufgreifen, was sich gerade jetzt in der Welt abspielt und nicht nur was immer in den Mainstream Medien berichtet, wo wir sowieso immer nur dasselbe hören, wer immer schuld ist. Natürlich, es gibt immer dann aus der Sicht vom Mainstream immer nur diesen einen Schuldigen, aber wir hinterleuchten das jetzt wieder aus der alternativen Szene. Welche Journalisten habe ich jetzt hier? Also ich nehme jetzt ein paar heraus, wo ich sage, okay, die haben einmal eine andere Sichtweise dazu und die werde ich euch dann im Laufe des Videos hineinschneiden. Zunächst einmal also meine persönliche Einschätzung und zwar, was da gerade passiert ist mit dieser angeblichen Sabotage. Also das hat ja jetzt im Narrativ ist das einmal so langsam hineingestreut worden. Ja, es war die Sabotage. Jetzt wird immer schon mehr von einem Anschlag gesprochen. Jetzt sind wir dann teilweise schon bei einem terroristischen Anschlag. Also ja, das Narrativ fängt sich jetzt schon an zu verändern, aber auch die Kriegstrommel wird jetzt immer lauter und jetzt natürlich bekommt das Ganze eine ganz neue Qualität. Und wir wissen aus der Vergangenheit schon her, immer wenn dann ein Krieg oder eine Kriegsvorbereitung im Gange ist, vorbereitet wird sie ja immer von den Medien, damit einmal die ganze Bevölkerung, alle aufgehetzt werden. Es müssen immer zwei Parteien kreiert werden, der Gute und der Böse. Und das ist immer dieses alte Spiel, was immer schon gespielt wird. Die Masse fällt natürlich darauf rein. Ihr braucht ja nur mal schauen, rundherum mit Menschen zu reden. Zum einen einmal sowieso gleich immer die Voreingenommenheit. Ja, der böse Russe war sowieso schuld. Der war schon immer für alles schuld. Und abgesehen davon jetzt auch, wenn es gewesen wäre, ich meine allein dieses kranke Mitmachen bei einer, ja der ist schuld oder der ist schuld oder gewisse Länder immer dieses, dieses noch immer dieses alte Denken, dass das immer mit verschiedenen Ländern zu tun haben, die sich dann miteinander bekriegen. Ja, da fehlt es schon einmal sehr weit, weil da habe ich schon die letzten Jahre sowieso geschlafen, weil es geht nicht um Länder, sondern es geht um wirtschaftliche Interessen. Leute, die sehr mächtig im Hintergrund die Fäden ziehen und da ist es scheißegal, in welchem Land die zu Hause sind, sondern es ist einfach eine Gruppe aus verschiedenen Ländern, ja, die einfach Einfluss nehmen, die einfach eine neue Welt herbeiführen wollen, das heißt Zerstörung der alten Welt. Und da ist natürlich dann jeder Sabotageart, jede Art von Manipulation ist ja an der Tagesordnung. Also das ist ja gang und gäbe. Das erleben wir ja schon spätestens seit 2020, wo das Ganze mit dem Zehwahnsinn angefangen hat, ja. Ja, vielleicht einmal noch zu meiner Aufmachung, ja, ich habe mir das jetzt ein bisschen warm gemacht, ja, weil ich muss auch schon langsam sparen hier, denn die Kälte, ja, trifft uns alle und ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich sitze mir jetzt einfach mal mit der Jacke rein. Ja, dann noch ein kurzes Statement zu meiner Umgebung hier, wo ich gerade bin. Im Hintergrund werde ich etwas gestalten, dass wir, ja, sehr ansprechende Videos machen können, aber auch, ich habe mir das jetzt überlegt, denn ihr wisst ja mit meiner Matrix-Serie, ich bin da jetzt wieder, ja, an einem Experiment dran, wo ich sozusagen in Bereiche eintreten werde. Vielleicht ganz kurz am Hand erwähnt, es gibt da draußen so viele Social-Media-Kanäle, so viele Bereiche, wo man Videos machen kann, wo man Streaming machen kann, und da gibt es ja schräge Seiten, und ich werde mich da auch einmal hineinbegeben, dass man da mal sagt, okay, was geht dort ab in die ganzen verrückten, was heißt verrückten, aber einfach, dass das alles jenseits von unserer Aufmerksamkeit ist, also da gibt es YouTuber, also nicht YouTuber, da gibt es Leute, die ebenfalls im Social-Media-Bereich tätig sind, die irgendwelche Kanäle betreiben auf Twitch, auf TikTok, wo eben sehr viele junge Leute sind, die hunderttausende Millionen Leute erreichen, und da ist alles komplett anders, als wie hier auf YouTube, und ich möchte da einfach einmal aus dieser Seite in diese Welt eintauchen, und möchte da einfach einmal mitspielen, ich werde da sozusagen in eine neue Rolle eintauchen, und werde dann sozusagen wie ein investigativer Journalist dort mich herumtümpeln, sozusagen, und werde eben versuchen, da, ja, etwas ausfindig zu machen, was sind das für Leute, was denken die, was machen die, ja, das sind dann die, die Gaming-Spiele kommentieren, und so weiter, äh, was hat das alles für einen Hintergrund, äh, was wird der, was ist der Zweck an dem Ganzen, ist das nur Belustigung, ist das nur, wo man komplett das Hirn ausschaltet, und so weiter, ja, und da werde ich auf jeden Fall in diesen Bereich dann einsteigen, und wie gesagt, äh, ich habe da hinten schon die Kulisse alles vorbereitet, äh, damit ich dann dort möglichst, ähm, ja, ähm, möglichst auf derselben Ebene einsteige, wie diese das machen, also das heißt, mit irgendwelchen Gaming-Kommentare, und so weiter, und da schauen wir mal, wenn ich da so als Alter, wie soll ich sagen, als, ja, dort bin ich eigentlich schon uralt, denn ich glaube, da sind so ab 20, äh, zwischen 20 und 30, wahrscheinlich bist du schon mit 30, äh, der Älteste, und ja, da werde ich mich dort einmal bewegen, und schauen wir mal, was ich dort alles so, äh, rausfinden kann. Und jetzt, äh, noch einmal zu Nord Stream 2, äh, der Anschlag, äh, Russlands Rache wird fatal werden. Äh, ich habe gesagt, äh, ja, jetzt schon langsam, ähm, äh, wird alles umgestellt, jetzt, äh, das Narrativ wird umgestellt, das heißt also, die versuchen jetzt, äh, ja, natürlich Russland alles in die Schuhe zu schieben, ähm, war natürlich eh klar, aber so gestrickt, obwohl es natürlich schon Meldungen gegeben hat, schon im Februar von, von, äh, Joe Biden, äh, kann ich auch vielleicht einmal kurz einblenden. Wenn Russland die Ukraine angreift, bedeutet dies laut US-Präsident Joe Biden das Ende der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2. Wenn Russland einmarschiert, das heißt Panzer oder Truppen wieder die Grenze zur Ukraine überqueren, dann wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen. Ja, und da war natürlich damals schon klar, äh, ja, die werden da ein bisschen härter durchgreifen und was bedeutet das? Das ist eigentlich der Beginn, wo sich Amerika mit Russland in einen Krieg vielleicht, äh, begeben wird und es schaut wirklich so aus. Alles, äh, läuft in diese Richtung hin. Und, ja, schauen wir mal hinein. Ich möchte mal schauen. Ähm, da hat zum Beispiel der von Translated Press, der Hadi, der Hadi von Translated Press, ich begrüße euch. Er hat da auch darüber berichtet. Bemerkenswert ist allerdings, dass die deutschen Medien alle mit dem Finger auf Putin zeigen. Die Frage ist also, wie konnte das passieren? Und es stellt sich heraus, dass es kein Unfall war. Zur gleichen Zeit, als die Lecks in den Pipelines entdeckt wurden, registrierten schwedische Beamte zwei gewaltige Unterwasserexplosionen, von denen jede einzelne von Hunderten von Pfund TNT entsprach. Heute haben wir es mit einem Sabotageakt zu tun bekommen. Wir kennen die Details noch nicht, aber wir können klar erkennen, dass es ein Sabotageakt ist, der wahrscheinlich die nächste Stufe der Eskalation, mit der wir es in der Ukraine zu tun haben, auslösen wird. Wladimir Putin mag böse sein. Sie sagen uns, dass er böse ist. Aber ist er auch dumm? Wahrscheinlich ist er nicht dumm. Und doch, und das ist das Seltsame, wenn sie Wladimir Putin wären, müsste man ein selbstmörderischer Idiot sein, um seine eigenen Energie-Pipelines in die Luft zu jagen. Wenn Russland einmarschiert, bedeutet das, dass Panzer oder Truppen wieder die Grenze zur Ukraine überschreiten. Dann wird es auch kein Nord Stream mehr geben. Wir werden dem an Ende machen. Wie wollen Sie das genau machen? Das Projekt steht ja unter deutscher Kontrolle. Ich verspreche Ihnen, dass wir das schaffen werden. Es ist schwer, sich so eine unvorstellbare, rücksichtslose Tat vorzustellen. So etwas würde man tun, wenn man einen Atomkrieg anzetteln wollte. Es wäre wahnsinnig. Und doch, im Nachhinein ist es offensichtlich, dass Sie darüber nachgedacht haben. Denn Joe Biden war nicht die einzige Person, die dies vorschlug. Und ich möchte Ihnen klar sagen, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 so oder so nicht vorankommen. Auf die eine oder andere Weise wird Nord Stream gestoppt. Sie bereiten sich nur auf die unvermeidlichen Folgen vor. Heute Abend hat der Senat ein Haushaltsgesetz verabschiedet mit 35 Millionen für das Energieministerium, um, Zitat, sich auf mögliche nukleare und radiologische Zwischenfälle in der Ukraine vorzubereiten. Ja, das waren jetzt alles Zusammenschnitte. Das ganze Video wird eh unten eingeblendet. Das heißt also, hier wird schon einmal spekuliert. Natürlich wird dann schon wieder gesagt, ja, das war Fox News. Fox News, das sind die, die ja damals alles immer pro Trump waren. Und das sind ja die Rechten und Republikaner. Und das zählt ja nicht. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man sich aus dieser Seite das anhört. Denn wir sehen, auch der Hade versucht immer wieder sehr neutral, sehr egal, ob das jetzt von den Demokraten ist oder von den Republikanern, immer sehr neutral zu berichten. Das heißt also, wir brauchen da nicht schon wieder so sagen, nein, das ist schon wieder nur so eine Richtung. Stimmt nicht. Und natürlich, was haben wir dann noch weiter? Der Tim Kellner hat auch ein Video dazu gemacht. Er schreibt Nord Stream Pipelines gesprengt. Was sagt der Tim Kellner dazu? Das ist besser vermutlich. Schauen wir mal, wo ich den Bereich habe. Ich glaube auch, der Tim Kellner hat das eingespielt, diese Meldung, ja, vom... Also, Tim Kellner hat ja schon wieder das so hergenommen, auf diese Satire, ja. So. Okay, spielen wir mal rein. Das ist jetzt genau das, was ich gesagt habe, am Anfang wird das alles noch so verharmlos dargestellt. Und so weiter, ja, wo es eigentlich schon klar ist, ja. Ich meine, bei der ganzen Krise und alles, dass es mehr als nur eine Sabotage ist. Ein Kampftorror-Sprengstoff an den Pipelines oder waren es Drohnen, oder? Waren es einfach, ja, Fridays for Future, wir planen nämlich, den Pipeline in die Luft zu jagen. Äh, die sind da stuck. Zu dieser Einschätzung kommen immer mehr EU-Regierungen. Ja, und die müssen es ja wissen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat mit Gegenmaßnahmen gedroht. Nein, will die EU jetzt auch ein paar Pipelines in die Luft jagen, or what? Der Kreml dementiert für die LEX verantwortlich zu sein. Das ist doch eine pro-russische Desinformationskampagne. Messstationen hatten Explosionen registriert. Deshalb wollen wir jetzt mal einen Experten hören. Wer hätte denn aus ihrer Sicht ein Interesse daran, den Betrieb einer Pipeline zu stören? Das können doch nur Idioten fragen für meine Begriffe. Nun, ein Interesse daran hätte in der gegenwärtigen Situation eigentlich nur Russland selber. Also das ist sowieso das Beste überhaupt. Die fragt vorher schon, obwohl es schon ganz klar ist. Und das ist, die wissen das sowieso, sobald das im ARD oder ZDF ausgestrahlt wird. Abgesehen davon, dass ja die ja amerikanisch sind, also für alle, die das immer noch nicht am Schirm haben, dass Deutschland und wir Österreich sowieso sehr, sagen wir mal so, die Anweisung, spätestens seit Udo Ulfkotte müsste, dass jeder wissen, dass wir immer pro-amerikanisch berichten müssen. Ja, müssen. Und das ist natürlich dann schon einmal klar, dass die Frage, man muss sich das noch einmal, ich muss noch einmal zurückgehen, alleine schon, sie weiß es ja schon längst und stellt aber trotzdem manipulativ die Frage. Das heißt, wir sind hier, hier erleben wir absolut, schaut es ihr mal genau an, okay, dass man das aus der psychologischen Sicht einmal sieht. Diese psychologische Frage, sie weiß es schon, stellt aber trotzdem die Frage, damit er dann genau das Richtige zu antworten hat. Wer hätte denn aus ihrer Sicht ein Interesse daran, den Betrieb einer Pipeline zu stören? Wer hätte denn Interesse daran? Sie sagt nicht, ja, ich habe jetzt die Anweisung zu sagen, ja, Russland hat jetzt Interesse daran. Nein, nein, sie muss die Frage stellen, damit es er dann genau richtig der Experte dann beantwortet. So läuft das Spiel. Und natürlich hat er dem Kellner dann gleich in Klaus Kinski eingespielt, weil es einfach nur mehr lächerlich ist, was da abgeht, weil ich glaube, das hat schon einmal so halbwegs jeder gecheckt und darum jetzt gleich der Klaus Kinski drauf. An den Betrieb einer Pipeline zu stören. Das können doch nur Idioten fragen für meine Begriffe. Das können doch nur Idioten fragen für meine Begriffe. Vollkommen ins Schwarze getroffen. Natürlich, und er gibt jetzt natürlich sehr systemkonform die Antwort. Ein Interesse daran hätte in der gegenwärtigen Situation eigentlich nur Russland selten. So, jetzt schauen wir mal, das ist der Abteilungsleiter für Strategie und Sicherheit Universität Kiel. Das sind sozusagen die, wir haben jetzt wieder die Experten. Alle anderen Akteure, die dafür vielleicht die technischen Möglichkeiten hätten, haben überhaupt kein Interesse daran, jetzt in dieser Situation diesen Betrieb der Pipeline, die ja sowieso momentan kein Gas liefert, zu stören. Der einzige Akteur, den das eigentlich derzeit nutzt, ist Russland selten. Ja, und jetzt kommt das nämlich, was wahrscheinlich auch nicht viele am Schirm haben, aber die Meldung, das war kurz, ich glaube, 14 Tage im Februar, bevor der Krieg ausgebrochen ist, also 14 Tage vor Kriegsausbruch in der Ukraine. Dann, uh, there will be, uh, we, there will be no longer a Nord Stream 2, we, we will bring it into it. What? Was fahre das in die Tatakras denn da? But, but, how will you, how will you do that? Exactly, since the project, and control of the project is within Germany's control. We will, uh, I promise you, we'll be able to do it. Das glaube ich nicht. Deutschland ist ein absolut souveränes Land. Seit Montag tritt an mehreren Stellen an den Pipelines offenbar Gas aus. Was für ein Zufall, neue Ostsee-Pipeline, die Ehre der russischen Freundschaft beim Thema Gas geht zu Ende. Thank you, USA, sagt da so ein polnischer Europa-Abgeordneter. Und ein polnischer Traumpol öffnet Gas nach dem Baltik-Pipel nach Norwegen. Just an dem Tag, Zufälle gibt's, Öltanger mit Putins Set auf Ostsee gesichtet. Versenken, da kommt doch diese US-Navy-Flottenverband, der Ferman-Belt da rumschippert. Gerade recht! Ja, ein absoluter Zufall, dass die gerade dort unterwegs waren. Das war übrigens eben richtig gegendert. Das muss nämlich nicht immer dieser Flottenverband heißen, das kann nämlich auch dieser heißen. Pro-russische Behörden melden Siege bei sogenannten Referenten. Das ist ja wie bei der Bundestagswahl, mit dem Zungenmunkel, aber hey, das muss rückgängig gemacht werden. Ja, das war jetzt ein kurzer Einspieler von Tim Kellner, wie gesagt, unten auch verlinkt. Schaut euch das Ganze an. Und dann haben wir jetzt den Darius, schauen wir mal, was er sagt dazu. Der hat auch über 174.000 Abonnenten. Jetzt hat er da schon 127.000 Aufrufe. Der Wahnsinn, ja. Und er hat das jetzt mit Nord Stream 2, die ja dauerhaft jetzt zerstört worden ist, ganz kurz ein Statement dazu abgegeben. Und es ist echt ein Hammer, ja. Ich möchte euch das kurz vorlesen. Nord Stream Leitung wohl irreparabel beschädigt. Nach wie vor strömt aus den drei beschädigten Pipeline-Strängen in der Ostsee Erdgas mit unveränderter Kraft aus. Und es könnte gut sein, dass die Nord Stream Leitung für immer unbrauchbar werden. Denn je mehr Salzwasser in sie hineindringt, desto größer ist die Gefahr von Korrosion. Während die EU nach wie vor keinen Verdächtigen offiziell benennt. Mutmaßen deutsche Sicherheitsbehörden, dass Kampftaucher Sprengsätze angebracht haben und diese dann detoniert seien. Was hier passiert ist, ist das eine, nämlich Nord Stream 2 Leitung, so wie Nord Stream 1, bei der eine einen Wert von 8 Milliarden Dollar hat im Bau, dass die komplett zerstört würde, ohne die Kosten des Gases, das integriert war. Wir sprechen hier von einem Milliardenschaden. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass ein Schaden von 1,6 Milliarden plus dem Gas, das da drin ist, dass das zerstört wurde, dann wurde uns hier mit einem Milliardenbetrag geschadet. Mit einem Milliardenbetrag in einem terroristischen Akt. Wenn wir uns jetzt überlegen, was passiert, dann wird jetzt als erstes geguckt werden, kann man rausfinden, wer das war, wenn das war. Und dann hoffe ich, dass man so weit von dem Aggressor weg ist wie möglich, wird es einen starken Vergeltungsschlag geben. Das ist das Erste. Ja, also wieder dauerhafte Beschädigung. Wahnsinn, wenn man sagt, um wie viel Geld es da geht. Und er hat es, glaube ich, eh erwähnt, also die Russen werden ja nicht selbst sich einen Milliardenschaden zufügen. Ich meine, wie bescheuert ist das, okay? Dass sozusagen jetzt mischen sich Länder ein. Wir sehen, wie aggressiv die Medien berichten, weil die Medien sind nicht versöhnlich. Wir erleben gerade absolut jetzt, die Mainstream-Medien sind die absoluten, ich will es jetzt gar nicht sagen, weil ihr wisst, Zensur und so weiter, aber ja, die sind uns alles andere als wohlgesonnen. Ja, und dem Nächsten, was ich euch jetzt noch hineinschneiden möchte, ist der Außenminister, der russische Außenminister, Lavrov. Lavrov, weiß ich jetzt nicht, wie man ausspricht, auf jeden Fall werde ich euch den jetzt einspielen. Und der Titel heißt Lavrov nimmt den Westen gnadenlos auseinander. Es ist von einer UNO-Rede ein Ausschnitt. Ich verlinke euch den auch und übersetzt hat der, ich glaube, der Alex heißt er, von der russischen Welt TV. Schau dich das an. Heute entscheidet sich die Frage der zukünftigen Weltordnung. Dies ist für jeden unparteiischen Beobachter völlig offensichtlich. Die Frage besteht darin, ob es eine Ordnung sein wird mit einem Weltherrscher, welcher alle zwingt, nach seinen eigenen hochgelobten Regeln zu leben, die auch nur ihm nutzen, oder wird das eine demokratische, gerechte Welt sein, eine Welt ohne Erpressung und ohne die Einschüchterung der Andersdenkenden, ohne Neonazismus und Neokolonialismus. Russland hat sich fest für die zweite Variante entschieden. Und gemeinsam mit unseren Verbündeten, Partnern und Gleichgesinnten rufen wir dazu auf, dies in die Realität umzusetzen. Das unipolare Modell der Entwicklung der Welt, welches lediglich den Interessen der sogenannten Goldenen Milliarde dient, dessen übermäßiger Konsum über Jahrhunderte gewährleistet wurde durch die Ressourcen von Asien, Afrika und Lateinamerika, wird der Vergangenheit angehören. Heute sorgt die Entstehung souveräner Staaten, welche bereit sind, für ihre nationalen Interessen einzustehen, für die Bildung einer gleichberechtigten, sozial orientierten und standfesten multipolaren Architektur. Allerdings werden die objektiven geopolitischen Prozesse von Washington und den von ihm vollständig unterworfenen herrschenden Elite der westlichen Länder als Bedrohung ihrer Dominanz wahrgenommen. Die auf offizieller Ebene stattfindende Russophobie hat im Westen beispiellose und groteske Ausmaße angenommen. Dort scheuen sie sich nicht einmal mehr davor zu verkünden, nicht einfach nur unserem Land eine militärische Niederlage zufügen zu wollen, sondern auch Russland zu zerstören und zu zerstückeln. Mit anderen Worten wollen sie erreichen, dass eine zu eigenständige geopolitische Einheit von der politischen Karte der Welt verschwindet. Jetzt hat der Westen eine ganze Hysterie losgetreten, wegen der in den Regionen Lugansk, Donetsk, Kherson und Zaporozhye in der Ukraine stattfindenden Referenten. Jedoch reagieren die dort lebenden Menschen lediglich darauf, was ihnen in einem seiner Interviews im August letzten Jahres das Oberhaupt des Kiewer Regimes geraten hat. Da hat er allen, die sich als Russen fühlen, für das Wohl der Kinder und Enkelkinder empfohlen, nach Russland zu gehen. Und genau das tun jetzt auch die Bewohner der genannten Regionen, indem sie dabei ihre Länder mitnehmen, auf denen schon über Jahrhunderte ihre Vorfahren gelebt hatten. Für jeden neutralen Beobachter ist es völlig offensichtlich, dass für die Angelsachsen, welche sich Europa vollständig unterworfen haben, die Ukraine lediglich Verbrauchsmaterial darstellt im Kampf gegen Russland. Die NATO hat unser Land zur unmittelbaren Bedrohung erklärt, auf dem Weg zur totalen Dominanz der USA. Und als langfristige strategische Herausforderung hat man die Volksrepublik China definiert. Gleichzeitig sendet der kollektive Westen, angeführt von Washington, allen anderen Ländern ohne Ausnahme, ein Signal der Drohung, dass jeder, der es wagt, nicht zu hören, der Nächste sein kann. Während die westlichen Kollegen in aggressiver Form ihr Demokratieverständnis allen aufzwingen wollen als Modell der Organisation des gesellschaftlichen Lebens, lehnen sie diese demokratischen Normen in der internationalen Politik gleichzeitig kategorisch ab. Das jüngste Beispiel ist gerade die Situation rund um die Ukraine. Es scheint doch so. Russland hat detailliert seine Position nahegelegt und diese auch über Jahre hinweg begründet. Und der Westen erklärte, dass er mit unserer Position nicht einverstanden ist. Normalerweise sollten doch die anderen Mitglieder der internationalen Gemeinschaft selbst entscheiden, welche Position sie vertreten wollen. Für die einen oder für die anderen. Oder eine neutrale Position. So ist das doch eigentlich in einer Demokratie vorgesehen, wo politische Kontrahenten ihre Meinung vertreten und die Bevölkerung von dieser Meinung überzeugen wollen. Doch die USA und ihre Verbündeten erlauben es niemandem, eine freie Wahl zu treffen. Sie bedrohen und erpressen jeden, der es wagt, eigenständig zu denken und fordern mittels Drohungen, sich den antirussischen Sanktionen anzuschließen. Es gelingt ihnen ziemlich schlecht. Aber es ist offensichtlich, dass Handlungen dieser Art seitens der USA und ihrer Satelliten, dass dies keine Demokratie ist, sondern die reinste Diktatur. Oder zumindest der Versuch, eine solche Diktatur zu etablieren. Satellit-Diktatur. Ja, meine lieben Freunde, ich hoffe, ich konnte euch da jetzt einmal eine kleine andere Sichtweise zeigen. Und ja, bitte abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, der ist halt eben am neuesten Stand, wenn wieder ein neues Video rauskommt. Und ja, wir sehen uns dann, bis bald, euer Michi, tschüss und pfiat euch.